So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Schaden zu mit der Pump, nachdem du gesprintet bist. Das ist natürlich nicht ganz so einfach jetzt als Aufgabe zu zeigen, außer ich würde halt wirklich ein kompletter Bot, glaube ich, ihr seht schon den Gegner vor mir. Der wird natürlich jetzt versuchen zu pushen. Einen Gegner habe ich nämlich eben schon weggeholt. So, ihr seht, Aufgabe trotzdem schon geschafft, weil ich halt davor schon einen weggeholt habe, was mir natürlich auch reichlich Schaden schon gegeben hat. Aber ihr habt es gesehen, einfach so hin pushen, dann eben einfach den Schaden reinknallen. Ihr habt es ja gesehen, ein Headshot 70 Schaden schmeckt natürlich. Der Gegner wird natürlich bedient sein, weil so war natürlich nicht sein Plan. Also so könnt ihr den Schaden machen ohne Probleme, einfach an den Gegner ran sprinten. Und so könnt ihr halt ganz easy die Aufgabe abschließen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ihr seht, Level 105. Wenn ihr Bock habt zu leveln, dann guckt euch einfach andere Videos von mir an. Da habe ich das eigentlich ziemlich genau erklärt, wie ich das Ganze gemacht habe, bis auf Level 100. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein. Alright. Vielen Dank.